Die Rechte Hand ist gestreckt und in einer Linie zum Arm. Zeigefinger schräg vorwärts halten. Es entsteht ein V. Unterarm ist nahezu waagerecht hinter dem Schläger. Den Griff am unteren Ende halten. Hand ist in einer Linie zum Arm und der Zeigefinger schräg vorwärts. Die V-Spitze sollte innerhalb dieser Linien sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017